Jeder kann ein Videospiel normal spielen, aber versuche mal das Ganze komplett blind. Das hier ist der Streamer und YouTuber SmallAnt und er hat es geschafft, Super Mario Odyssey komplett blind durchzuspielen. Das bedeutet, dass er sich in jedem einzelnen Königreich perfekt auskennen und den Weg zu jedem Mond finden muss. Wahnsinn, wie viele kleine Details sich der Streamer hier einfach gemerkt hat. Hin und wieder hatte SmallAnt auch seine Schwierigkeiten, hat es aber geschafft, Super Mario Odyssey in ca. 12 Stunden durchzuspielen.